Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Genshin Impact, meine lieben Freunde. Im heutigen Video möchte ich darauf eingehen, was man eigentlich machen kann, wenn man in dem Spiel wirklich nahezu alles abgeschlossen hat, so in dem Bereich jetzt quasi, wo ich gerade bin, und wie man weiterverfahren kann und trotzdem noch jede Menge Content hat. Und dafür gibt es ziemlich simple Dinge, die man machen kann, und zwar zuallererst ganz vorne ran haben wir einmal die Daily Quests, die man jeden Tag erledigen kann. Das sind quasi diese lilanen Quests hier. Da kriegt ihr jeden Tag Erfahrungspunkte. Ich kriege mittlerweile 250 Erfahrungspunkte pro Quest. Es sind vier Stück an der Zahl, das heißt, ich kriege jeden Tag um die 1000 XP, und ihr seht, ihr kriegt auch hier noch diese Aufwertungssteine, ihr kriegt ein bisschen Urgestein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr jeden Tag eure Daily Quests erledigt und dann bei der Abenteurer-Gilde nochmal die zusätzliche Belohnung holt. Und dann, wenn wir auch weiter hier im Bild bleiben, haben wir hier direkt als nächstes oben unser Harz, unsere Ausdauer. Und die solltet ihr auch möglichst jeden Tag versuchen zu verbrauchen. Ich glaube, am Tag ist es so, dass ihr insgesamt innerhalb von 24 Stunden 150 Ausdauer bekommt, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Das sind alle acht Minuten ein Ausdauer, die ihr erhaltet im Spiel. Und die Ausdauer, die könnt ihr für verschiedenste Aktivitäten benutzen. Da kommt es auch darauf an, was ihr jetzt machen wollt, ja. Wenn ihr jetzt hingeht und sagt, mein Ziel ist es, als nächstes Charaktere aufzuleveln, und ich brauche ganz, ganz dringend Erfahrungspunkte. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn ich sage, ihr seid fertig, ihr habt alle Quests abgeschlossen, ihr habt nahezu alle Kisten gelootet, ihr habt nahezu alles gesammelt, was es so zu sammeln gibt, und habt einfach nichts mehr zu tun, dann wäre eure Option, um möglichst schnell an Erfahrungsbücher zu kommen, dass ihr diese Blüten der Offenbarung macht, denn dort bekommt ihr haufenweise XP-Bücher, die ihr nutzen könnt, und ihr bekommt Pro Run, ja, der euch 20 Hearts kostet. Hier seht ihr das auch immer, wie viel euch das kostet, wenn ihr so ein Event macht, ja. Da kriegt ihr auch nochmal 100 Abenteurer XP. Wenn ihr jetzt sagt, nö, ich bin zum Beispiel gerade dran, ich brauche ganz dringend, ähm, als Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Materialien zum Aufwerten von Waffen oder so, dann lohnt es sich immer mal wieder hier in diesen Altar der Gewitterwolken reinzuschauen. Wichtig ist, ihr solltet Ausschau danach halten, was für ein Material eure Waffe benötigt, weil es kann zum Beispiel sein, dass ihr zum Beispiel, wie ich jetzt, zum Aufwerten der Waffe, ich nehme jetzt einfach mal von Razor, die, ähm, diese Wolfsstoßzähne braucht, ja. So, und die droppen zum Beispiel in der Sphäre der Kriegskunst immer dienstags und freitags und am Altar der Wasserfälle droppen sie auch sonntags. Allerdings bedeutet das, wenn man diesen Altar, äh, der Wasserfälle macht, dass dort auch andere Sachen droppen nebenbei, ja. Also, das heißt, also, besser sind immer hier die oberen Sachen, weil da kriegt ihr gezielt das, was ihr benötigt. Und das könnt ihr dann zum Beispiel erfarmen, ja. Also, das macht ihr dann hier, wie ich schon gerade gezeigt hatte, hier in diesen Altar. Und, ähm, ja, da kriegt ihr auch nochmal XP für. Was ihr auf keinen Fall machen solltet, sind die Dinger erstmal hier. Ähm, die lohnen sich wirklich nur, wenn ihr unbedingt, ihr seht ja auch schon den Unterschied, Mora braucht, ja. Ja, also, das heißt, die Blüte des Reichtums, die lohnt sich wirklich nur, wenn ihr dringend Geld im Spiel benötigt und nicht genügend habt. Das ist quasi auch das, wo dieses bisschen dieses, ähm, Geldsystem ansetzt, also, dass man auch ein bisschen Geld investiert, weil mit Urgestein könnt ihr natürlich auch jeden Tag euer Harz aufladen, wenn ihr nicht genügend habt, ja. Hier seht ihr das auch. Das erhöht sich mit der Zeit. Das heißt also, am Anfang braucht ihr einmal für eine Aufladung 60 Harz 50, ähm, Urgestein. Später geht das hoch auf 100, dann 150, 200 und so weiter. Und irgendwann habt ihr euer Limit erreicht. Das seht ihr auch hier, ne. Ihr könnt, ich kann jetzt heute sechsmal noch auffüllen. Und, ähm, ja, da kann man quasi, wenn man will, sich dann diese Schicksalskristalle kaufen, wandelt die in Urgestein um und kann dann jeden Tag öfters mal ein paar Aktivitäten unternehmen. Das Ganze soll aber wohl wahrscheinlich zur Version 1.1, die am 11. November erscheint, nochmal ein bisschen verbessert werden, dass es mehr Ausdauer im Spiel gibt und mehr Aktivitäten, die man machen kann. Und, ja, das sind so Möglichkeiten, die ihr habt. Neben den Altaren, ja, habt ihr auch die Möglichkeit, dass ihr diese spielen könnt, um Equipment zu erfahren, ja. Es gibt zum Beispiel hier oben ein Altar, da gibt es ziemlich krassen, äh, Schock-Stuff Ab Stufe 3 ist das dann der Fall. Da könnt ihr dann nämlich hier zum Beispiel Donnernder Zorn erfarmen, ja, das Set, ähm, was zum Beispiel macht, dass ihr mehr Elektroschaden verursacht und so weiter und so fort. Es gibt hier zum Beispiel einen Schrein, der gibt euch zum Beispiel das brennende Pyro-Hexen-Set, wo ihr ein bisschen mehr Pyro-Schaden macht und alles drum und dran. Und neben den ganzen anderen, äh, Schreinen, wo ihr Equipment farmt, könnt ihr auch Bosse abfarmen, die euch unter anderem auch Equipment geben oder auch diese Shards, die ihr braucht, um eure Charaktere aufzuwerten, ja, von einer Stufe auf die nächste, so dass ihr sie weiter leveln könnt. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch hier, die Bosse zu machen. Da gibt es dann die verschiedensten Elementare. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den Flux-Eisbaum oben. Hier unten haben wir dann zum Beispiel unsere Elektro-Hypostase, ne, wo es dann zum Beispiel die Steine für, äh, Schock-Charaktere gibt. Hier oben haben wir zum Beispiel die Anemo-Hypostase für Wind-Charaktere. Ähm, hier haben wir dann den, ähm, wo ist er? Da, den, äh, Flux-Feuerbaum, ne, der dann die Shards für Pyro-Charaktere gibt. Hier oben haben wir dann, ähm, den Wasser-Boss. Ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht. Okay, Knight oder wie auch immer. Ähm, der gibt die Shards für Hydro-Charaktere. Und hier unten haben wir dann noch den, die Geo-Hypostase für Geo-Charaktere. Und dann gibt es noch zwei andere Bosse, die geben einmal pro Woche richtig guten Loot. Der Reset dafür findet immer montags statt. Dann, äh, könnt, ihr habt ja einmal eine erhöhte Chance für guten Loot. Ja, hier seht ihr das auch. Verbleibende Möglichkeit zum Sammeln von Schätzen 1 von 1, ja. Also das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall immer montags, einmal hier den, äh, Wolfskönig zu machen und einmal lohnt es sich montags auf jeden Fall Sturmschreck zu machen. Weil bei dem gibt es das nämlich auch mit der Belohnung, ja. Da könnt ihr einmal pro Woche eine richtig gute Belohnung rausbekommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wo es bei ihm steht. Hier steht ziemlich viel. Ich hab bei ihm auf jeden Fall einmal hier so eine legendäre, ähm, Gladiator-Blüte bekommen, also ein Artefakt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Deswegen einmal pro Woche sollten auf jeden Fall die Bosse gemacht werden. Die verbrauchen direkt 60 Ausdauer auf einem Schlag, geben aber auch 300 XP. Und wie ihr sehen könnt, es gibt hier auch unfassbar gute Belohnungen. Die Shards sind für verschiedenste Charaktere mit drin. Das lohnt sich auf jeden Fall, ja. Also ihr könnt natürlich auch dann die Bosse einmal pro Woche abfarmen. Zusätzlich zu dem Ganzen hier könnt ihr nebenbei auch einfach rumlaufen im Spiel und Kisten sammeln. Es gibt Respawns, ja. Also Kisten können respawnen. Es gibt zum Beispiel eine ziemlich gute Route, wenn man zum Beispiel hier oben bei diesem Teleporter hier startet und dann einmal hier so eine Kurve läuft. Hier rum läuft dann hier so runter bis zu dieser Statue. Hier können sehr viele Kisten respawnen. Hier in dem Bereich können sehr viele Kisten respawnen. Da müsst ihr mal gucken. Es gibt ja so Karten, wo ihr sehen könnt, wo überall Kisten sind im Spiel. Und ihr könntet kreuz und quer auch durch die Welt laufen und findet immer wieder Kisten. Das ist auch eine Sache, die man machen kann. Und dass man guckt, dass man seine Abenteurerstufe immer weiter erhöht. Denn je höher die Abenteurerstufe ist, umso höher ist eure Weltenstufe und umso besser sind die Belohnungen, die ihr bekommt. Das heißt also, wenn ihr jetzt zum Beispiel zu der Dame hier hingeht, da könnt ihr natürlich hier Belohnungen für Abenteurerstufe abholen. Und da seht ihr auch schon hier, ab Stufe 40 kommt Weltenstufe 5 hinzu. Bei Stufe 45 kommt dann die nächste Weltenstufe hinzu. Das wäre dann 6. Das heißt, die Belohnungen werden immer besser. Und ihr kriegt natürlich hier auch nochmal ordentlich Stuff als Belohnung dafür, dass ihr quasi euch in eurer Abenteurerstufe erhöht habt. Ja, zusätzlich könnt ihr dann auch noch die ganzen anderen Sachen farmen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit hier im Buch Kopfgeldjagden zu machen, wovon ihr auch immer verschiedenste Dinge benötigt, wie zum Beispiel von den Abgrundmagiern. Da brauche ich diese Dinger hier zum Aufwerten von Waffen. Ja, genauso könnt ihr auch die Sachen hier machen. Da kriegt ihr dann hier diese Abzeichen und alles. Also das lohnt sich auch, vor allen Dingen, weil ihr könnt ja auch nochmal so nebenbei hier so ein bisschen Artefakte sammeln, die ihr zum Aufwerten benutzen könnt. Es gibt noch die Exkursionen, die ihr machen könnt. Ja, diese ganzen Kapitel, wo ihr auch nochmal Abenteurer XP kriegt. Also es gibt eigentlich jede Menge Stuff zu erledigen, die man machen kann, wenn man alles schon erledigt hat. Und ich sage mal notgedrungen, zu allerletzt könnt ihr auch die Errungenschaften dann versuchen zu machen. Ja, da gibt es auch mehr als genug zu tun. Alleine wenn ihr hier zum Beispiel die ganzen Kisten sammeln wollt, das sind 800 an der Zahl, da habt ihr mehr als genug zu tun. Ja, dann würde ich sagen, das war es gewesen mit dem Video. Jetzt wisst ihr, was man so alles im Endgame noch machen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn euch dieser gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Dann hinterlasst gerne Feedback in den Kommentaren und eine Bewertung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss zusammen.